Direkt an der Leipziger Straße im Schloss Karree befindet sich das Hypoxie-Studio Chemnitz. Wer bisher mit Sport dem Fett nur schlecht zu Leibe rücken konnte, der hat hier gute Chancen, gezielt lästige Pfunde zu verlieren. Das betrifft insbesondere die Problemzonen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Hypoxie beruht auf zwei natürlichen Wirkungsweisen, zwei sehr bekannten physikalischen Wirkungsweisen, zum einen der Lymphdrainage und zum anderen dem Schröpfen. Hypoxie ist somit eine gezielte Methode zur Figurformung. Sie nutzt die natürlichen Prinzipien des Fettstoffwechsels, um unerwünschte Fettdepots gezielt abzubauen. Gleichzeitig wird das Hautbild durch das Training kontinuierlich verbessert. Für die Effektivität und Nachhaltigkeit dieser Methode sorgen moderne Trainingsgeräte und die ganzheitliche persönliche Betreuung durch die Hypoxie-Coachs. Es ist eigentlich für jedes Alter geeignet, für die Frau als auch für den Mann, für alle, die mit einem moderaten Fettverbrennungstraining unglaublich tolle Abnehmergebnisse erzielen wollen und eine gute Figur machen. Insgesamt stehen vier moderne Trainingsgeräte zur Verfügung. Sie behandeln gezielt bestimmte Problemzonen am Körper und kombinieren moderates Fettverbrennungstraining mit Aktivierung der Durchblutung in der gewünschten Körperregion. Wer ein strafferes Bindegewebe und ein schöneres Hautbild wünscht, nutzt zusätzlich die Hypoxie-Dermologie. Die Aktivierungskammern erledigen die Arbeit an den betroffenen Körperpartien, während man im Liegen entspannen kann. Wer jetzt Lust auf das entspannte Abnehmen bekommen hat, für den gibt es ein interessantes Angebot, denn wer sich bis zum 30.09. anmeldet, bekommt zwei Monate Training zum Preis von einem. Einfach kostenlos informieren oder beraten lassen in Ihrem Hypoxie-Studio Chemnitz, Ludwigstraße 20, im Schloss Carré.